Musik Boah Nico ey, warum machst du wieder Autos kaputt man, was soll das denn? Leute, willkommen zurück bei The Division Ja, ey Jawohl, warte jetzt Hm Die sind echt gut ausgerutscht, Alter, ich war auch aufschießen Die sollen wir beschützen, ich brauche nicht, ich brauche nicht, ich brauche keine Muni Na vielleicht doch Nee Oh, wieder raus rein Okay Warte, 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 wir sollen den beschützen, Nico, zwei Minuten, beschützen Oh Hey, ich folge die nicht mehr, könnte klicken So Was er davon da kommt, schießt ich da hin? Die kommt von da vorne Ja Wow Wow Ein Schuss hat mir gefehlt Ja Ein Boss ist bei dir Ja, ich hab'n Oh, alle bis dahin hinschießen, ist das schon hart Alter Boah Okay, komm, mach neben Ich mach, 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 ich mach Ah, hol' das gleich Können wir? Kommt ihr das von vorne oder kommt ihr von der Seite? Keine Ahnung Die kommt Ahnung Das konnte ich mehr Was da hinten Ehi Hi! Kommen Sie her! Oh Bot! Oh ja! Links! Boom! Boah echt viel gebracht! Wieder links! Machst du mal bitte? Schlafen wir auch noch landen! Boah! Wie viel Damage der macht! Ist er tot! Na gut! Was ist das? Noch eine Minute! Eine Minute! Es kommen noch bestimmt zwei Phasen! Wie gesagt, die Minute dürfen wir leider eine Betanspang! Das andere kennen wir dann schon! Ja! Oh! Nach landen! Links! Was? Was? Direkt für uns! Was? Ja hier auch! Direkt für uns unsere Fresse, Alter! Ok, hab ich! Ja schon! Oder wir hätten auch noch! Hm! Ja! Was? Ein Schuss Wetter ist durchgetroffen! Ein Waffen! Das glaube ich ist hier wohl! In Sekunden! Boss ist da noch! Ja! Der Typ ist fast tot da hinten, ne? Der Typ ist fast tot da hinten, ne? Der Typ ist fast tot da hinten, ne? Der Typ ist ja so viel Damage bekommen! Ja! Ja, guck siehst du hier oben! Der war fast tot gewesen! Der war fast zu scheiße da zu machen! Ja, Nico! Deckung! Ach Quatsch! Alter! Ich bin quasi tot! Warum hab ich keine Madpacks mehr? Oh nein! Den ist der Garten, wenn wir die töten, um zu kriegen, was sie wollen! Ich hab keine Madpacks mehr! Ich hab keine Madpacks mehr! Kannst du auch drauf jetzt aufheben! Mhm! Ich hoffe es doch mal, dass ich was bekomme, ey! Das ist kein Problem! Es gibt hier bestimmt ein paar Madpacks! Das hat nun voll wenig Loot bei mir! Down-Jocke? Ja! Ja! Das ist wirklich nicht so viel! Ich hab kein Madpacks mehr bekommen! Ich hab schon mehr, ey! Ja, was? Ich hab hier einen Madpack! So! Was? Was? Erstmal wieder ausrüsten, würde ich mal sagen! Ja! Ich hab aber nicht so viel bekommen! Ich zu ihm! Oh! Ich hab eine bessere Pistole! Handfeuerwaffe! Sehr schön! Oh! Das finde ich möglich! Dann nehmen wir mal die hier! Gut! Ich bin wieder bereit! Ja! Ich auch! Hm! Ich bin einfach tot! Ein bisschen scharfe! Ähm! Füll doch hier die Munition auf! Matthias! Überwertet! Hätt ich doch! Ja! Eine bringt nix! Von den Madpacks her! Schade! Aber hab über 400 Schuss dazu bekommen! Also fast! Sehr gut! Müde! So! Einmal rinnen! Was ist hier für ne Kiste? Was? Erstmal die Kiste routen! Na gut! Na gut! Ein Müsli-Regel! Das muss sein! Na gut! Noch eine! Na gut! Unzu faul! Übrigens wieviel Bugs hast du eigentlich? Oder ich nenn sie jetzt mal Bugs! Gar keine! Na gut! Also ob ich... Weiß nicht! Auf dem Rucksack! Das stand bei mir eben auf dem Rucksack drauf! Ja! 300 irgendwas glaub ich! 309 hab ich! Hm! Detroit! Hallo! Detroit! Wo bist du? Ich hoffe wir können auf sie und ihre Leute zählen! Voll! Hier wahrscheinlich! Wir haben uns ein höllischer Kampf bevor! Hm! Hören Sie! Wir haben gute und schlechte Nachrichten! Ich laute hier mal nach, aber... Wir haben Division-Agenten zu verstärken! Was soll der Typ hier? Die Typen da draußen! Die lassen uns einfach nicht! Äh! Ja! Oh! Das sind die schlechten Nachrichten! Ja wir machen das schon! Alles gut! Ups! Alter warum hab ich so viel Damage? Weil es fast sie sind! Ja sogar wer ist starke Waffe! Wow! Alter ich hab kein Badpack ne? Ich hab die Scheiße! Ist aber blöd! Hm! Was ein goldener Boss! Ja deswegen ja! Alter! Ich bin so tot ey! Er schießt durchgedacht mich der Arsch! Daaa! Das find ich nicht so gut! Also nur auf dich schießt! Hm! Beilschießen! Ich hab nicht gesagt dass du auf mich schießen sollst! Wann! Ich glaub die Deckung geht hier nicht kaputt! Ringe nicht! Alter! Ja! Einen Schuss abbekommen mit was tot ey! Hm! Oh! Granate! Ja! Boah! Ist doch schwer! Ja Granate! Kinder! Boom! Oh schon! Kein Rennen! Oh! Niko bist sogar tot! Der andere Boss ist tot ne? Ja! Ich hab die ganze Zeit auf dem Goldenein hier geballert! Irgendwann musst du den mal nachladen! Weil ich auf den anderen schießen konnte auf meine Deckung aus! Ich hatte kein anderes Ziel! Achso! Deswegen! Na komm! Mach ihn tot! Ja! 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 Äh! Noch mehr! Genau! Du keys! Und nach rechts! Ja! Und links auch übrigens! Da stehst du nichts drauf! Oh ja! Ich mach links! Mach ich rechts! Scheiß Sniper ey! Sniper in Nahkampf auf jeden Fall! Naja! Was ist nur nach dir? Oua! Oh es ist nur nach dir! Oh es ist nur nach dir! Wagen wir auf den Schaden! Wow das sind halt natürlich geschlafen. Du warst der Tod! Oh! ... ich bleib plötzlich hier stehen! Scheiße Straschling von dir sind nicht! Ja ich auch nicht! Kurz warten, bis jetzt die Deckung rausgehen. Jetzt doch. Jetzt. Nee. Doch, ab einem. So. Hab ich den nicht gemacht? Ja, wir beide. Okay, erst mal looten jetzt hier. Ja. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Tassen Sie gut auf sich auf. Och, nee. Ich will es erst mal looten. Ja. Ich hab jetzt meine Eier... Äh, die Eier offen, weil ich grad... Was? Äh, Augen offen. Da ist Nico. Ja, Eis glänzt so wie Eier. Ist halt so. Boah, sind da viele Gegner. Ja, hab ich auch schon schon. Ähm. Was? Was? Warten. Toll. Ich helfe dir. Ähm, das ist schon ganz blöd. Ich komme. Ich komme. Da steht einer. Wo bist du? Ja, links geht hier. Ich hab keinen Madfuck dabei. Doch, hab ich auch. Ich darf die nicht aufheben. Lasst euch nicht überhelfen. Ihr lebt wieder. Okay. Sehr schön, danke. Wurde, wurde es heute nicht angezeigt, es ging trotzdem. Deswegen hat es voll auch nicht geklappt. Ich hab eine Anzeige gemacht. Aber ohne Rest hat mir lebt, wie ich jetzt mal gewartet. Nein, gut. Ja, ich nehme mal. Ich habe wieder weiter. Zack. Madfuck. Heller was. Oh, heute ne Fünfer. Ja. Später wenn die easy going ist, ist es nicht so. Was? Was hat mir so viel Damage gemacht? Leider wahrscheinlich. Äh, Vorsicht. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin fast tot. Ich bin so tot. Ja. Gut. Hätt mal pack. Sir. Keine Chance gehabt, ey. Tja. Dann bin ich mal zeithaft, Nico. Und dann, ähm, kannst du mal. Oh, äh, stimmt. Da war ja noch was. Ja. Ich muss da noch aufhelfen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, ich steh auf und bin fast wieder tot, ey. Aller zwei golden, ne? Würde mich verarschen. Boah. Lass mal näher rangehen. Treffen wir besser. Okay, Riliko. Äh, unten die Liner links. Naja, mach ich. Die machen wir zuerst. Welche treffen würde von hier aus, ey. Ah, geht um Deckung. Lass mal Granaten nach da oben werfen. Falsch. Ja, nein, nicht hinwerfen. Hört ab, der haut ab, der Arsch. Ich probier's mal. Zack. Schade. Hätt ja treffen können. Hab gefälligte Deckung, du Hore. Hörer. Hörer. Komm schon. Ich kann nur nie mehr. Nein. Zweite Waffe. Oder doch sogar eine zweite Waffe. Wäcksel die Waffe einfach. Ja, muss ich. Ich weiß. Du hast dich verwerbt, du Arsch. Fuck, Sniper. Nein, ich will sterben. Er hat mal gut reingedrückt, ey. Ich kann ihn nicht so gut töten, ey. Steh auf. Steh auf. Komm. Steh auf. Mach schon. Ja, ich warte noch. Komm. Boah, Alter. Kam da wohl nicht wahr sein. Warum steht der denn nicht auf der Typ? Ich hab ne Idee. Keine Harte? Nö. Ich schieße von der Seite ab. Oh, keine Idee. Auch so doof. Ich mach zwar kaum Damage, aber trotzdem. Ich hab unendlich Muni. Ne, das gehört. Ja. Ich mach doch irgendwie fester Typ, ey. Sorg tot. Arschloch. Bösche. Bösche. Jetzt looten. Mh. Der hat da hochkommt. Hier vorne. Ja. Kein Problem. Ich glaub ich hab ne Secondary. Gerade bekommen. Okay, mal schauen. Ich hoffe es. Ah, Sicherheitsflügel. Können wir uns entsperren. Sehr gut. Nur scheiße, ey. Ups, allein fett ich das noch. Entschuldige. Kannst du hier noch einziehen? Hab ich jetzt wieder Muni? Ja. Etwas. Okay. Ähm. Schön. Voll. Da bin ich mit... Da bin ich auch voll, glaub ich. Ja. Gut, ich glaub ich hab schon alles gelootet jetzt. Was ich auch looten kann. Soweit. Bei welcher Zeit sind wir? Wir haben sehr verstörenden Führer gefunden. Diese Augen geht damit. Also wir sind jetzt. Aber... Fähigkeiten. Sie hat es ihnen hochkündig. Fähigkeiten hinzufügen. Leute, schon ist es auch schon schon länger. Warte mal. Da machen wir doch mal ein bisschen Deckung gehen hier. Ähm. Mal alles zurück bitte. Warum geht das nicht? Hm. Ist gesperrt. Also anscheinend muss man noch ein anderes erstmal nehmen. Nee. Wie ein anderes. Doch. Ja, ich mach Granate. Ich mach Granate. Oder mach Schild. Und das schläft noch nicht so geil. Das ist sicher viel verhaftet. Granate. Ja, ich war auch. Für E. Also. Inventar. Ja. Das lässt man mal. Coup. Das hier. Hier kann man auch jetzt. Coup. Und E ist voll lustig. So ein Ding hier. Auto. Pock. Und da hat man ein paar Sekunden hat den Zünden. Weil man Bock hat. So hier. Und später kann man hier noch abkühlen. Da macht es viel mehr Schaden. Und hat auch ein bisschen kaputt. Aber. Na ja. Nice. Nice. Ich gerade noch näher das Ding hier machen. Fertig. Direkt neben uns ist es noch eine fette Mission machen wir nochmal mal, würde ich sagen. Ja, warte, ich werde noch gerade meine Sachen modifizieren. Ja. Jetzt habe ich noch nämlich endlich eine Zweitwaffe. Nice. Zweitwaffe. Es war nämlich tier. Mhm. Und auch eine bessere. Ähm. Pistole. Aufklärungsdaten. Na ja. Ist nur leider das Aufklärungsdaten. Und leider noch gar nichts bis mehr. Was denn das hier in der Nähe oder was machst du? Oder was? Äh. Ist was im Menü. Okay. Bin bereit. Hier den Einsatz in der Nähe. Den grauen mit dem Schild. Ich kann machen. Mhm. Ich kann das mal verlassen. Mhm. Das stimmt wohl. Warte mal. Dadadadada. Tja Leute. Hä? Ich lauf schon mal vor. So. Wenn schießt du? Ah, ein Bombus. Scheibe. Mhm. Warum frag ich überhaupt? Alter, lauf mir doch nicht im Weg rum. Wer ist? Hau ab. Ja, du. Ich bin vorne, Alter. Voll weit weg. Ne, ich bin bloß hinter mir. Alter. Voll weit weg. Ja. Oh, Einsatzbericht. Was? Nice. Ja. Glaubst du? Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfluss versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade zurück. Anschein achte es ziemlich wenig auf dem Univer, habe ich das Gefühl. Ja. Smart. Und ich die ganze Zeit küsse, küsse, küsse und ich so, hä? Und wo? Genau so wie bei Market League in der Shit. Das macht schon richtig wertvoll sein. Weil mittlerweile ist das vollkommen okay. Äh. Auf keinen Weg. Nee, nee, nee. Warst du da schon? Hinkt er uns? Äh. Gleiche stelle wie vorher. Aua. So, test mal nochmal mein Spielzeug aus. Au. Ah, triff bitte. Schade. Wir sind verkappt. Aber egal. Na dann. Was? Hinter mir. Hinter mir. Hint er mich verarschen. Lass mich schon rüber. Lass mich schon rüber. Lass mich schon rüber. Jetzt renn da rüber, du Hure. So, was machst du denn da? Wer ist? Der schiebt auf Gegner. Oh. Da. Ja, der hat mich voll erwischt, die Granate. Mich auch. Naja. Hey. Nein, toll ist es rum, der Typ, ey. Ja. Man denkt woanders hin und... Oh, boah, ist das krass. Ja. Na gut, hat das auch noch was bei mir. Oh, jetzt habe ich alles. Echt schon nicht, eine Sache noch. Okay. Warte, jetzt zur Mission. Das finde ich cool mit diesen kleinen Nebenmissions zu sagen. Ja, stimmt voll. Echt cool gemacht. Pennsylvania, okay. Level 3 und 5. Ah, nein. Betroyal Benitez in der Basis reden. Okay. Na gut. Auf meine Mütter auch irgendwo so daheim, sagt sie sie. Warum wollen sie das tun? Ich muss mal schön flau hier, ne, er redet weiter geil. Ich bin halt gerannt, ne. Er sagt, das ist nur noch neu drücken, muss aber geht. Locker, wenn es locker bleibt. Oh, jetzt laden wir mir die Tickst du nicht nach. Die Reste ist, äh, links Auto, ist bei mir nicht nachgeladen. Ich fahre durch die Welt. Du, und wir nicht? Ich fahre schon mal. Tja. Ja, tschüss Matthias. Das war's. Ciao, tschüss. Auf Wiedersehen. Wir unter der Map. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Na, du bist bei mir, schließt auch hier rum. Frau der Sacke, ey. Außerhalb des bespielbaren Bereichs, komisch. Wie kommt das denn? Ist ja auf, die Einfallanimation zu machen. Ey, komm, auf. Was? Fallen eine Animation oder was? Ja, nein, 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 nicht fallen. Also wenn da so aufkommt. Du bist weg, was hast du gesagt? Ich habe die Spongebung. Weißt du? Weißt du nicht, wo? Im Arsch der Welt, ne, hier in den Dreck nehmen wir uns. Okay. Jetzt einfach durch die Map, durch Ayushita. Das ist so nervig. Ich muss wirklich warten, wenn die Map nachlädt. Weil sonst so fähig durch die Welt. Das ist mir einmal in der Beta passiert. Direkt am Anfang. Oh, das lädt der Nachbar durch die Welt. Gefallen. Und tschüss damit. Allein mal mit dem Typ, ich könnte mir jetzt in Zwischenfrequenz wiederkommen. Mortequenz. Ah, mach du. Haben Sie mal... Ja, kommt's auch. Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan und zwar vor allem, weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen, damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß verwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Was? Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie, die Division ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anfleere, um meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. Okay. Okay. Gut, also jeder Flügel hat es hier ausgebauten. Okay, ich bin gerade am Laptop direkt dran. Na? Der Sicherheitsflügel, erfordert Sicherheitsgüter. Ja, aber das ist diese Mission hier. Und ich habe 67 davon, die kann es zum Ausbau verwenden. Das weiß schon alles. So, ich muss mal gucken, wo man geile Sachen bekommt. Jetzt. Jetzt kann es richtig losgehen. Ab sofort sind Sie mein absoluter Lieblingsherrchen. Okay. Eine Fertigkeitsbefestigung. Verstärkt eine Entdeckung und erhöht den Schaden des Anwenders, während sich der verursachte Schaden an der Verbündeten Deckung vergingert. Geil. Du bist ja bereit? Wie hat sie? Ich will erst mal kurz hier gucken. Herr Talent, schon. Ich zerlegte sowieso gerade noch ein paar Sachen. Ja. Ich glaube, ich spart es mal lieber auf coolere Sachen wie dort hier. Es gibt auch noch einige Sachen, die ich noch mal angezogen habe. Alles gut. Ja, Waffen und Munition zurückbekommen ist auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Was meinst du? Alter, das ist echt ganz geil. Hier hat Talentbelohnung. Also einmal, töten Sie einen Gegner mit Ihrer Handfeilwaffe, um 30% Patronen für Ihre Primärwaffe zu halten. Das heißt, ja. Das heißt, wenn Sie eine Munition leer sind, können Sie mit Druck killen und Munition bekommen. Und ein Kopfschuss auf einen Gegner bietet eine Schalke von 50% die Kugel nicht zu verbrauchen. Das mache ich mal. Das fühlt sich ganz geil an. So, ich bin dann wieder bereit. Ich bin jetzt auch mit dem fertig. Mach mal, Oma. Oder? Was hier? Hundestoffel. Was will ich noch machen? Nice. Laptop benutzen. Ja, das habe ich gerade gemacht. So. Ah, okay. Endlich eine Einrichtung und die Hundestoffe zu breiten. So. Das macht es uns leichter, gefangene Zivilisten und Militärverstöcke... Muss ich das machen, das Lagerzentrum? Ja. Ja, muss doch. Okay. Cool. Sieht so aus, als hätten wir ein ordentliches Lagerzentrum gefunden. Wir können die Operation für Mitter und von hier aus planen. Nice. Lagerzentrum mit Laptops und so. Worum wir die hier haben, aber... Gut. Okay. XP Vorteil, Fertigkeit, okay. Okay. Äh, nein, ja, ja, so, gut. Gut. Dann habe ich auch einfach jetzt die Folge beenden. 25 Minuten reichen auch erst mal. Würde ich vorschlagen. Ja. Was? Ich mache das ja einfach mal so. Was war das zweite Sache? Ich habe die Hundestoffe noch genommen. Weil die einfach... Ich mache Schießstand. Okay. Ja. Gut. Und... Dankeschön, dass du siehst. Und schluss bis zur nächsten Folge von SIDAVision. Ciao. Ciao. Vielen Dank.